So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir haben letztens das Victini abgeholt und wir haben ja schon gesagt, in der anderen Aufgabe müsste noch Girachi drin sein. Den habe ich nämlich auch noch nicht auf der Hand. Ich weiß nicht, ob wenn ich das abhole, ich dann nochmal eine neue Forschung kriege oder nicht. Hier sind auf jeden Fall etliche Erfahrungspunkte drin. Heute, wo ich den Tag aufnehme, ist auch Community Day mit Bouts. Es wäre ja schlau gewesen, bis zum Community Day zu warten, Glücksei anzumachen, dann die Erfahrungspunkte abzuholen am C-Day mit Glücksei. Aber ich mache das jetzt einfach so und dann habe ich noch einen besonderen Pokédex-Eintrag für euch vorbereitet, den ich nicht extra in ein kleines Video packen will, sondern hiermit reinpacke. Wir holen jetzt erstmal hier diese 4.500 Punkte ab, dreimal. Hier ist ja schon ein Girachi-T-Shirt drin, Girachi-Bonbons, also da muss jetzt Girachi drin sein. Bei dem musste man doch damals, glaube ich, die ganzen einzelnen Mitglieder seiner Band sammeln, die dann alle rumstehen und Musik machen und dann kommt er an und dann freut er sich. Und dann, oh, genau, dahin stehen sie nämlich alle. Wir haben wie immer keine WP-Anzeige, die erfahrt ihr dann wirklich erst danach. Wo ist jetzt aber mein Ball? Wir haben keinen Ball. Die singen erst. Du musst sie jetzt singen lassen, du siehst, die singen, die Noten sind drüber und dann hauen die ab. Und jetzt habe ich bei Victini gesagt, ich bin saudumm, ich habe wieder keine Bäre genommen. Jetzt sehe ich, man kann gar keine Bären nehmen, man hat einfach nur Pokebälle und wirft halt einfach Pokebälle drauf. Aber, wie bei allen mysteriösen Pokémon, dürfte dies auch erst im dritten Ball dann drin sein. Am ersten kommt es raus, am zweiten kommt es raus und beim dritten kann man es dann fangen. Hm, was fehlt mir jetzt noch? Cosmog fehlt mir mit der Cosmog-Forschung. War die wirklich nur begrenzt in der Season und man bekommt die gar nicht mehr? Aber Cosmog kann man ja tauschen. Was ist mit Zerude? Zerude aus der Zerude-Forschung, war das begrenzt über einen bestimmten Zeitraum und man bekommt das gar nicht mehr? Das kannst du nicht tauschen. Oder kommt die Zerude-Forschung jetzt vielleicht? Wo ich das auch abschließen konnte. Wir kriegen wieder drei normale Bonbons und drei XL Bonbons, dann hier 1170 EP. Holen das Giraji ab, bewerten es mal 1384. Okay, und es ist wieder drei Sterne und wieder 15 Angriff. Das ist interessant, weil das haben wir ja eben, ich habe das Victini abgeholt, da war es schon genauso. Vor allem 1384 und 1378, das ist dasselbe. Wie hoch kam Victini? 36 und hier 36. Also total unnütz alles. Wenn ich mal kurz vergleichen möchte mit Mu. 36. Aha, alles klar. Selebi, genau. Selebi gibt es noch. 36. Das ist, dann habt ihr eben so Sachen wie Meloetta, die kommen auf 4,8. Oder wie Zerude, das kommt auf 4,5. Irgendwie sowas. Das ist schon ein Unterschied. Was gibt es noch? Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt ausgelassen habe? Das, 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 das. Ja, egal. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Deswegen gucken wir mal den Rest nicht an. Jetzt habe ich das aber fertig. Habe hier aber keine neue Forschung. Ihr könnt mich ja mal aufklären, wie es war. Ach komm, wir holen den Staub hier einfach noch ab. Wie war das mit Zerude? Wo bekomme ich Zerude her? Ich starte jetzt extra die App nochmal neu, ob da jetzt noch was auftaucht. Ansonsten bin ich fertig mit allen Spezialforschungen, wo es mysteriöse gab. Ich werde keinen Kosmog bekommen. Ich werde keinen Zerude bekommen. Ich werde keinen Hubbar bekommen. Obwohl, das gab es ja dann auch in den Elite-Rates. Also, da haben die Leute sich noch beschwert, wieso sie das reinmachen. Ich fände es jetzt gut für den Pokédex-Eintrag. Nö, ich habe nichts. Dabei hätte ich gern einen Zerude. Was wir aber jetzt noch machen können, und zwar Molung eingehen. Und da möchte ich euch kurz zeigen, ich habe insgesamt bis jetzt vier Molung gebrütet. Da steht jetzt gesehen fünf, aber weil man das ja nicht fangen kann, das kann nicht flüchten oder so, hat man vielleicht mal eins in der Arena gesehen. Aber ich habe vier Stück ausgebrütet. Mehr konnte ich nicht machen. Unter diesen vier Molungs, die müssen wir nochmal nach WP sortieren, dann seht ihr nämlich, dass die immer besser werden. Ich habe die WP falsch rum sortiert. 602 ist das kleinste. Hat hier zwei Sterne. Dann haben wir hier drei Sterne mit 15 Angriff. Sieht aus wie ein mysteriöses Pokémon, ja. Dann haben wir hier nochmal drei Sterne, aber nicht mit 15 Angriff. Und wir haben hier drei Sterne. 15 Angriff. 14, 14. Das ist ein 96er. Und es ist ein Weibchen. Und das finde ich besonders krass, denn unter diesen vier Stück ist das erste ein Weibchen gewesen. Dann haben wir zwei Männchen und das letzte ist auch ein Weibchen. Das finde ich cool, weil Molung an sich ist ein bisschen selten, na, zu kriegen. Und wenn du es kriegst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Weibchen ist, sehr gering. Und unter vier Stück einfach zwei Weibchen. Das ist doch der Schocker der Woche. Und damit wir das auch irgendwo drin haben und ich den Pokédex-Eintrag eh brauche, und nicht glaub, dass mir einfach jemand ein Amphiro-Dizzle, Amphira-Bubes, wie heißt's? Moment, steht gleich da. Spoiler. Amphira, genau. Dass ich nicht, ich glaub nicht, dass mir jemand mal ein Amphira tauscht, einfach so. Weil die ja so selten sind. Deswegen haben wir uns den jetzt entwickelt. Obwohl auch der irgendwann dann mal shiny eingeführt werden müsste. Da gibt's vielleicht ein Event, da ist der in jedem siebten Ei, ne, also in den siebten Eiern vielleicht, mit einer erhöhten shiny-Rate und dann kriegst du das Ding hinterher geworfen. Dann brauchst du aber noch ein weibliches shiny, dass du ein weibliches Amphira in shiny entwickeln kannst. Das kann natürlich sein. So, jetzt haben wir den, jetzt haben wir den entwickelt. Und jetzt könnte ich den eigentlich wegschmeißen. Ich brauche den nämlich absolut nicht. Aber ich hebe ihn mal auf, weil er so selten ist, wenn man mal einen Glückstausch mit einem Glücksfreund hat und jemand sucht noch einen Lucky Amphira, dann könnt ihr den haben. Ich brauche den nicht. Ich kann eigentlich alle Molung, die ich habe, wegschmeißen. Ich brauche das absolut nicht. Aber ich wäre das Weibliche und, ja, das ist wie, ich möchte eigentlich nichts aufheben, aber irgendwie kann ich auch nichts wegschmeißen, weil man denkt immer noch an andere, aber eigentlich soll man nicht an andere denken, man soll an sich denken. Also, ich würde so viele Sachen einfach gerne wegschmeißen, auch so viele Shinies. Aber irgendwann kommt einer und sagt, oh, mir fehlt das noch und hast du das. Und ich denke, oh, habe ich gestern weggeschmissen. Was? Ist ja dann wieder mein Stau. Deswegen. Und da ich ihn nicht mehr so sammle, sondern einfach nur aus Spaß, jetzt nur noch spiele auf dem Free-to-Play-Habanero, brauche ich das eigentlich nicht. Wir heben es erst mal auf. Vielleicht braucht ja irgendeiner im Lucky Trade mal einen Amphira. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Was ist mit Zerhude? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses.